Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein Elefant und eine Maus gehen in der Wüste spazieren. Die Maus fragt den Elefanten Warum hast du eine Wasserflasche mit? Sagt der Elefant. Wenn ich Durst habe, kann ich trinken. Der Elefant fragt dann die Maus Warum hast du eine Autotür mit? Sagt die Maus. Wenn mir heiß ist, kann ich Fenster runterkurbeln. Der Montagswitz